Christa, du siehst sehr denkwürdig aus. Kannst du mal Platz nehmen, Christa? Wir brauchen natürlich noch einen männlichen Mitspieler. Und DJ Bobo. Dafür die Frage, kommst du zu mir? Gib einen Applaus für DJ Bobo und für Christa, meine Damen und Herren. Willst du dir mal Platz nehmen? Hey, Bobo. Ich werde dir versuchen, dir zu zeigen, wie man als Mann die Gedanken von den Frauen lesen kann. Wir nehmen eine typische weibliche Realität. Sagen wir Schuhe und Handtaschen. Das ist der Klassiker. Was ist dir lieber, Schuhe oder Handtaschen? Schuhe. Schuhe, oder? Mit deiner rechten Hand oberer Luft, Christa. Beräst du meine Finger? Genau. Denk an all deine realen Schuhe, die du daheim hast, Christa. Zähle deine Schuhe in deinem Geist. Ich lisse deine Gedanken. Ja. Ich habe etwas empfangen von dir, Christa. Ich schreibe das mal auf. Christa, was schätzt du, wie viele Paar Schuhe hast du zuhause? 300. 300 Paar Schuhe? Ja. Das ist unglaublich. Vorher habe ich einen Gedanken von dir empfangen und aufgeschrieben. Christa, bitte lies es vor. 300 Paar Schuhe? 300 Paar Schuhe. Gedanke lesen. Okay. Es ist wirklich möglich, die Gedanken zu lesen, obwohl man es nicht für möglich würde halten. Wenn man als Mann kann die Gedanken von einer Frau lesen, dann kann man vielleicht auch mal mit ihr zu Nacht essen gehen. Hm. Das klingt toll. Es ist toll. Christa, kannst du dir vorstellen, zu Nacht zu essen mit dem Bobo? Haben wir schon gemacht. Ja. Wow. Dann können wir es gleich nochmal machen. In Gedanken. Ist gut. Dann bitte stand auf, Christa. Stand auf. Und streck bitte deine rechte Hand so aus. Prima. Und Bobo, stand bitte auf. streck die linke Hand aus zu Christa. Sehr gut. Ich werde euch beide jetzt herbeibringen, wie die Frauen und Männer können Gedanken übertragen. Schön. Oh, Christa. Was hasst du im Kopf? Bitte schön. Es fährt schon an, gell? Es fährt schon an. Es fährt schon an. Danke vielmals, meine Lieben. Es fährt schon an. Christa, du als Dame, kannst du noch sagen, wenn es das Dinner des Nachtessen stattfindet. Nimm ein Datum, das wirklich geheim ist. Eines, das Bobo nicht kennen kann. Eines, das ich nicht kennen kann. Aber ein Datum, das du dir auch gut vorstellen kannst. Bildlich vorstellen. Christa, das Datum ist dein Geheimnis. Es ist wie ein Tresorin. Du bist die Einzige, der diesen Tresor aufmachen in deinem Kopf. Mhm. Und das Datum rausnehmen und sich visualisieren. Einverstanden? Mhm. Gut. Und Bobo, bitte schau gerade zum Publikum, zu der Jury. Und wir abschirmen von unserem Einfluss, Bobo. Und deine Augen verbinden. So. Christa. Denke an das Datum mit deinem Tresor. Durch das fünfmal visualisieren. Und sende Bobo den Monat. Send ihm den Monat. Schau auf seine Stirn, Christa. Schau auf die Stirn. Jetzt, Christa. Der Tag. Nur der Tag. Denke. Genauso. So. Nimm deine Hand, streck sie aus. Bitte versuch Bobo und sag uns den Monat. Juni, Juni. Christa, stimmt's? Ja. Er will's? Wirklich. Wow, Bobo. Sehr gut. Sehr gut. Christa, nimm die Zeigefinger als Stift und schreib die Zahl vom Tag gross in die Luft. Ich schreibe. Hier, so. Ja, genau. 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 Okay. Bobo, im Juni gibt's viele, viele Tage. Bitte sag uns den Tag. Welcher Tag soll es sein? Der 21. Stimmt's? Ja. Gedanke lesen. Danke. Danke schön. Danke schön. Wie kennt man das? Also, ich bin insofern beeindruckt gewesen, ich habe den Trick nicht geschaut. Ich weiss nicht, wie es geht. Ich wünschte mir noch ein bisschen mehr Drive, aber das ist wahrscheinlich schwierig, weil es um Gedanken geht. Ein bisschen mehr Action in dieser Nummer. Das ist mal mein erstes Feedback. Merci. Dann kommen wir zu der Abstimmung, ja oder nein? Ich sage noch ein Nein. Herr Gress? Ja, ich sage ja, natürlich. Ich bin sehr beeindruckt. Christa? Wie kann es weitergehen? Sorry, ich brauche diese Frage. Was kann du? Ah, wir haben noch viele Ideen, aber das darf ich noch nicht verraten, aber es gibt noch magische Momente, die wir erleben werden. Dann sage ich ja. Danke schön. Danke schön. Da ich ab sofort die Gedanken der Frauen lesen kann, sage ich ja. Danke schön. 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 Vielen Dank.